Heiner, es ist mir eine Freude. War es schöner oben oder ist es schöner hier im Studio? Beides gleich schön. Gut, oben kann es ein bisschen gefährlich werden, wie wir gerade gesehen haben. Erstmal einen wunderschönen guten Abend. Aber, äh, mein Gott, man wächst mit den Aufgaben. Sie haben uns ein Tagesangebot mitgebracht. Hammer. Die Highlight-Kapseln, die kennen wir eigentlich schon. Es gibt eine verbesserte Rezeptur. Aber holler. Blaubeere-Karottenextrakt sprechen wir gleich drüber. Aber, das hier ist die letzte Möglichkeit, sich die Highlight-Kapseln zu bestellen. Das hier ist ein Vorrat für 200 Tage. Wir sind so gut wie begrenzt beim Tagesangebot. Diese Menge zu diesem Preis wird es definitiv die nächsten Jahre nicht mehr geben. Ganz kurze Zwischenfrage, wie lange ist die haltbar, die Dose? Zwei Jahre Mindesthaltbarkeit, der Inhalt reicht für ein halbes Jahr. So, und jetzt würde ich einfach sagen, Attacke für eine der letzten Auftritte vom Tagesangebot. Es geht um Wohlbefinden für Ihre Augen. Es sind fast 19.000 Bestellungen eingegangen. Das heißt, wir sind so gut wie begrenzt. Das ist die neue Rezeptur der Highlight-Kapseln. Das ist ein Vorrat für 200 Tage. Für 27,27 Euro. Die Vorgänger kennen 100.000 Zuschauer. Bitte durchstellen lassen. Da interessiert mich natürlich auch, was sich getan hat. Absolut. Aber das ist die neue Rezeptur. Das hier ist etwas, was es zu diesem Preis in dieser Menge nicht mehr geben wird. Also, wir wissen zumindest dieses Jahr gar nicht mehr und bis in die erste Quartalshälfte 2011 auch nicht mehr. Das wird es erstmal lange nicht geben können, weil wir haben hier die teuersten Augensubstanzen weltweit verarbeitet. Und wenn wir uns mal eins klar machen, 400 Kapseln, der Tagesangebot bei 27,27, soll ich mir mal was zeigen? Ich war vorgestern in der Apotheke, habe mal 180 Lutein-Kapseln gekauft. Nur Lutein. Lutein ist natürlich selbstverständlich in den Highlights auch drin, in den Highlight-Kapseln. Lutein ist ein sehr teurer Stoff. Schauen Sie mal, was ich bezahlt habe. Schauen Sie sich das mal an. Ich habe für 180 Lutein-Kapseln 58,96 Euro bezahlt. Das ist jetzt aber nur Lutein. Das ist nur Lutein hier. Ganz kurz, Leitungen sind gleich voll bis oben hin. Bitte auf jeden, wir sind so gut wie begrenzt, 27,27 Euro. Was machen die, was tun die, was kann ich verändern, warum die neue Rezeptur? Es gibt tausend Fragen. Ja, bahnbrechend. Weltweit bahnbrechend. Die alte Rezeptur hat ja folgendes gemacht, die Sehschärfe positiv unterstützt. Das machen wir mit der neuen auch, aber doppelt. Die alte Rezeptur hat die Sehschärfe unterstützt, indem sie der Netzhaut hochwirksame Biostoffe zugeführt hat. Das machen wir mit den neuen Highlight-Kapseln auch, aber zusätzlich... Ganz kurz, Warteschleife ist da. Bitte dranbleiben. Das ist die letzte Sendung mit dem Tagesangebot. Und die Warteschleife wird jetzt gleich eher länger als kürzer. Zusätzlich unterstützt die neue Highlight-Rezeptur die Augenmuskeln, das gab es noch nie weltweit, das ist Hammer, die Augenmuskeln, die auch für die Sehschärfe verantwortlich sind. Wie genau, erkläre ich Ihnen gleich detaillierter. Darf ich nur mal ganz kurz was sagen, was mir damals aufgefallen ist, ich war lange kurzsichtig, bis ich sie mir habe lasern lassen, die Augen. Die Augenmuskeln, können Sie sich vorstellen, wenn jetzt jemand kurzsichtig ist, wenn Sie so mit den Augen knieten, dann können Sie die Sehschärfe... Ich bin kein Optiker, ich bin auch kein Profi, aber so kam es mir immer vor, kann man die regulierend durch so knieten. Sieht nur doof aus, wenn Sie permanent so durch die Gegend laufen. Aber da sieht man, wie wichtig die Augenmuskulatur ist. Das werden wir gleich anhand eines Augenmodells auch mal näher erläutern. Übrigens, 86% vom Tagesangebot sind weg, also es fehlen uns noch 4% zur Begrenzung. So, also, Sehschärfe wird mit der neuen Rezeptur jetzt zweifach unterstützt. Zusätzlich unterstützen die neuen Eyelight-Kapseln die Sehschärfe in der Nacht vor allen Dingen. Zusätzlich wirken die Eyelight-Kapseln der Augenmüdigkeit entgegen, ganz wichtig für Menschen, die viel unterwegs sind, die viel am PC arbeiten. Und zusätzlich gibt es noch einen ästhetischen Effekt. Wir haben noch Substanzen drin, die Augenringe, wenn Zuschauer Augenringe haben, die Augenringe hochwirksam mildern, aber deutlich mildern. Das kommt durch die Kraft der Augen... Ich dachte, das hätte nur mit der Haut zu tun. Nein, ja, es schimmert durch, durch die Haut, weil die Haut sehr dünn ist. Darf ich nicht? 87% vom Tagesangebot sind weg. Bitte bleiben Sie jetzt in den Leitung. Wir haben über 300 Zuschauer, gerade in der Leitung. Sie können jetzt gerade zugucken, wie sich das Tagesangebot begrenzt und dann gegebenenfalls auch ausverkauft. So, bevor ich Ihnen erkläre, genau wie die Eyelight-Kapseln arbeiten, möchte ich Ihren Blick mal auf diese unglaublich umfangreiche Rezeptur lenken. Und was hier ganz interessant ist, ist, ich habe vor ein paar Tagen eine Studie in die Hand bekommen. Und es gibt eine neue Volkskrankheit, die heißt Makuladegeneration. Makuladegeneration heißt, Sie sehen nichts mehr von den Dingen, auf die Sie die Augen richten. Das ist wie so ein dunkler Fleck. Es gibt bis zum heutigen Tag noch keinen therapeutischen Ansatz, um da Hilfestellung zu leisten. Was interessant ist, ist, in den neuen Eyelight-Kapseln mit der neuen Rezeptur, also unser heutiges Tagesangebot, sind jede Menge Natursubstanzen drin, die in dieser amerikanischen Studie, die ich gerade kurz angesprochen habe, sich wiederfinden. Und die amerikanische Studie sagt, dass diese Substanzen in der Lage sind, die Makuladegeneration zumindest den weiteren Verlauf zu stoppen. Das ist unglaublich, das wissen ganz wenige Menschen, dass das überhaupt geht mit Natursubstanzen und dass man diese Möglichkeit überhaupt hat. Viele dieser Substanzen sind in einem neuen Eyelight-Produkt mit der neuen Rezeptur drin. Und jetzt sage ich Ihnen, wie es funktioniert. Wir sind ein Hauch vor der Begrenzung. Wir sind bei 88 Prozent, die bestellt wurden. Wir haben eine Warteschleife, bleiben Sie dran. 600 Zuschauer sind gerade in der Leitung. Wenn ich das jetzt einnehme, zwei Kapseln am Tag, egal ob morgens, mittags, abends wahrscheinlich, was kann ich damit jetzt verändern, unterstützen? Also ganz viele bestätigen, dass sie sehr deutlich eine Verbesserung der Sehfähigkeit, der Sehschärfe feststellen. Und der Witz ist, die ersten Veränderungen schon binnen weniger Tage, wobei man hier ganz klar sagen muss, jeder Organismus reagiert anders. Aber wir haben das sehr häufig gehört, dass die Wirkungen bei den Eyelight-Kapseln im wahrsten Sinne des Wortes zu sehen sind. Wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir sind jetzt übrigens schon bei tausend Bestellungen. Das tut mir leid, was hier gerade abgeht. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe Ihnen gerade gesagt, die neue Eyelight-Rezeptur unterstützt jetzt das scharfe Sehen zweifach. Wir schauen uns jetzt Punkt 1 an, danach Punkt 2. Punkt 1 kennen viele Zuschauer von der alten Rezeptur. Das macht auch die neue. Sie sehen hier den Querschnitt eines Augens. Und wenn Sie genau schauen, sehen Sie hier diesen grünen Kreis. Das ist die Netzhaut. Ja? Hier, das sehen Sie ganz deutlich. Wir wissen alle, die Netzhaut ist wichtig zum Gucken. Aber auf der gesamten Netzhaut gibt es nur eine Stelle, nämlich hier hinten. Das ist die Netzhautmitte, die sogenannte Makula, wo über scharfes Sehen entschieden wird. Diese Stelle ist nur zwei Quadratmillimeter klein und trotzdem sitzen auf diesen zwei Quadratmillimeter pro Auge circa sieben Millionen Sehzellen, die man Zapfen nennt. Wann immer die Augen geöffnet sind, also Licht ins Auge hineinfällt, fangen diese Zapfen an, das Ganze als scharfes Bild zu projizieren. Wer unscharf sieht, der kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass unter anderem einfach die Sehzellen nicht richtig ernährt werden. Die müssen genauso ernährt werden, wie alle anderen Organe im menschlichen Körper auch. Und das übernimmt Eilheit unter anderem. Wir sind jetzt bei 89 Prozent. Also okay, das nächste Prozent wird dann zu der Begrenzung führen. Wir haben volle Leitungen. Sie kennen das Prozedere. Wir empfehlen dann immer Q-Tel zu nutzen, wer PIN- und Kundennummer hat. Auf jeden Fall dranbleiben. Der Anruf ist gebührenfrei. Was mir ganz, ganz wichtig ist, Sie können alles einen Monat lang testen. Sie können auch alles von Frank Felte einen Monat lang ausprobieren. Über 5 Millionen Natura Vitale Fans gibt es. Nur bei QVC. Hammer, ne? Über 5 Millionen. Probieren Sie es. Ich kann, bei sowas können wir wirklich immer nur sagen, probieren Sie es aus. Wir können hier nur über die Theorie sprechen. Über die Praxis. Ich kann jetzt hier nicht die Kapsel nehmen und dann... Doch, wir zeigen, was in der Praxis jetzt passiert anhand des Augenmodells, okay? Okay, jetzt kommt die Praxis. Jetzt kommt nämlich die Rezepturverbesserung. Jetzt kommt der zweite Punkt zum Tragen, wie jetzt zusätzlich die Sehschärfe unterstützt wird. Sie sehen hier ein Augenmodell. Und was Sie hier sehen, dieser Augenmuskel spielt eine ganz wichtige Rolle bei der Einstellung der Sehschärfe. Sie können das vergleichen mit einer Kamera. Wenn Sie eine Kamera auf den Gegenstand fokussieren, müssen Sie am Objektiv drehen, damit es scharf ist. Das macht dieser Muskel auch. Er dreht nicht, aber er zieht sich zusammen oder entspannt sich. Beispiel. Sie gucken in die Ferne. Dann entspannt sich dieser Muskel. Die Augenlinse wird dabei flach und Sie sehen scharf. Anderes Beispiel. Sie lesen ein Buch oder eine Zeitung. Dann zieht sich dieser Muskel zusammen. Die Augenlinse wird dabei gewölbt, das Licht stärker gebrochen und Sie sehen scharf. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn man so mit den Augen kriegt, dann verändert sich die Sehschärfe. So, jetzt passiert Folgendes. Die Elastizität dieses Muskels lässt ungefähr ab dem 40. Lebensjahr nach. Wie bei jedem Muskel. Das Doofe ist, der Mensch kann diesen Muskel nicht willentlich beeinflussen. In dem Moment spricht man oft von der sogenannten Alterssichtigkeit. Und wir glauben auch heute, dass das normal ist. Ich sage Ihnen, nein, das ist nicht normal. Und die neue Eyelight-Rezeptur mit der verbesserten Formel, die macht jetzt folgendes. Die gibt diesem Muskel ebenfalls zusätzliche hochwirksame Biosubstanzen, um die Elastizität zu unterstützen. Das heißt, dass eben nicht zwangsläufig das eintritt, was viele heute schon als normal erachten. Entschuldigung. Ja. Wir sind in diesem Moment bei 90% Bestellungen. Wir sind begrenzt. Das Tagesangebot ist begrenzt. So, jetzt ist Folgendes. Wir haben 800 Zuschauer in der Leitung. Das hier ist die letzte Möglichkeit, das Tagesangebot zu bekommen. Sie werden diese Menge an Eyelight-Kapseln zu diesem Preis, 27,27 Euro. Ich kann, ich sage niemals nie, wir wissen alle nicht, wie es Ende 2011 aussehen wird, was Anfang 2012 sein wird. Ich kann Ihnen nur eins garantieren. Dieses Jahr sowieso schon gar nicht mehr. Das ist sowieso, Eyelight wird als Tagesangebot sowieso dieses Jahr gar nicht mehr geben. Definitiv nicht. Im ersten Quartal 2011 ist Eyelight ebenfalls nicht vorgesehen. Jetzt schauen Sie sich mal, zeigen Sie mal bitte den Zuschauern, was da drin ist. Das sind die teuersten, hochwirksame Substanzen für die Augen. Schauen Sie sich das bitte mal an. Wir brauchen gar nicht die Stoffe einzeln durchgehen. Schauen Sie sich mal bitte die Fülle an. So, jetzt machen Sie sich bitte Folgendes bewusst. Wir haben hier 400 Kapseln mit den teuersten Augensubstanzen weltweit. Der Preis liegt bei 27,27 Euro. Ich sage Ihnen mal ganz deutlich etwas. Das können Sie einmal alle drei Jahre bringen. Das geht nicht öfters. Das ist unglaublich. Ich habe Ihnen gerade zum Vergleich gesagt, ich habe in der Apotheke 180 Kapseln, wo nur Lutein drin ist. Nur Lutein. Lutein ist in den Eyelight-Kapseln im Tagesangebot ein Stoff. Hier ist nur Lutein drin. Und ich habe für diese Schachtel, für 180 Kapseln fast 60 Euro bezahlt.